Natürlich konnte der regierende Berliner Bürgermeister nicht am Messestand von Schilkin vorbeigehen, ohne sich die Produkte näher anzusehen. Berliner Luft ist auch so ein Problem, wenn man das mal mitnehmen kann als Präsent. Ja, aber es ist also ein Präsent und so mit Berliner Luft. Das hat sich gelohnt, oder? Ja, wirklich, es hat sich gelohnt. Es war doch auch mal diese hier, diese ganz klassische hier, die waren es doch, oder? Ja, genau, und unsere Präsent, hier, ich meine, was da alles dazugekommen ist. Das war so gut, toll, aufhört in die Zukunft, vor allem. Viel Erfolg. Danke. Zahlreiche neue Geschmäcker und Geschenksets wurden wieder vorgestellt und kamen bei den Besuchern gut an. Ja, wir sind gerne in Berlin hier, wunderbar. Lecker, ey, super, super, super. Dankeschön. Zum Wohl, auf unsere Gesundheit. Zum Wohl.